Hey yo, was geht ab Leute, das ist Jay und das ist Ari und zusammen sind wir Legendaria Films zu einer neuen Folge von Filmgeek. Leute, es ist wieder soweit. Wir haben uns dazu hinreißen lassen, die wahre Geschichte eines Horrorfilms zu behandeln. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne fragen, warum eigentlich? Haben wir mit diesen Spooky-Folgen so gute Erfahrungen gemacht, dass eine weitere Folge die logische Konsequenz ist? Nicht unbedingt. Yet here we are. Und zwar hat uns der neue Film von Jordan Peele und Nia DeCosta namens Candyman zu dieser Folge inspiriert. An dieser Stelle auch einen riesigen Shoutout an Universal Pictures für diese gruselige Kooperation. Also schnappt euch etwas Popcorn, macht's euch schaurig gemütlich, denn wir erzählen heute die wahre Geschichte hinter Candyman. Denkst du da doch Reese's Pieces? Er ist der Candyman. Wenn du keine Reese's Pieces hast, bist du nur ein Mann. Dann bist du nur ein ganz gemütlicher Mann. Doch beginnen wir zunächst einmal mit etwas Hintergrundinfo. Mit Filmen wie Get Out und Us hat sich Jordan Peele über die letzten Jahre definitiv im Bereich Horror einen Namen gemacht, was unser Interesse an dem Film Candyman definitiv nicht geschmälert hat. Aber zwei weitere Sachen solltet ihr über den Film, welcher am 26. August in den Kinos erscheint, unbedingt wissen. Beginnen wir mit Sache Nummer Uno. Ein Film namens Candyman wurde bereits im Jahre 1992 veröffentlicht. In diesem Film begleitet der Zuschauer Helen Lyle, die bei ihrer Recherche in der Uni von Chicago auf die Legende des Candyman stößt. Candyman soll der Sohn eines ehemaligen Sklaven gewesen sein. Als er sich auf eine romantische Beziehung mit einem weißen Mädchen einließ und sie ein Kind erwarteten, scheint dem Vater des Mädchens die Sicherung durchgebrannt zu sein. Und so ließ der rassistische Vater den jungen Mann quer durch die Stadt jagen, ihm eine Hand absägen und schließlich, von Honig übergossen, von tausenden Bienen erstechen. Daran starb er. Wer sich nun vor dem Spiegel stellte und fünfmal den Namen Candyman sagte, bekam dann Besuch von Candyman. Ausgestattet mit einem Haken anstelle seiner abgesägten Hand und starb früher oder später. Als also einige mysteriöse Morde passieren, jagt Helen Candyman, bis sie am Ende selbst stirbt und zum Fluch wird. Dieser originale Candyman basiert zum Teilen auf der Kurzgeschichte The Forbidden von Clive Barker, hat aber einige wichtige Details grundlegend verändert. Wie zum Beispiel, dass Candyman schwarz und nicht weiß ist und in Chicago in den Staaten und nicht in den Slums von England lebt. Die zweite Sache, über die wir heute sprechen möchten, ist die wahre Story hinter Candyman. Welche Wahrheit steckt hinter den Morden von Candyman? Das kommt darauf an, welche Details man sich anschaut. Stellt euch folgendes Szenario vor, welches sich tatsächlich so in Chicago Southside abspielte. Es ist eine kühle Aprilnacht, später 80er Jahre. Der 22. April 1987, um genau zu sein. Das Telefon klingelt. Das Telefon des Police Officers, der in dieser Nacht Schicht hatte. Als er den Hörer abnimmt, hört er, wie am anderen Ende eine Person mit Entsetzen in der Stimme beginnt zu schreien. Jemand versucht durch den Spiegel zu kommen. Zunächst verwirrt, antwortet der Officer. Bitte, was? Die Stimme am anderen Ende wird lauter. Er kommt durch den Spiegel. Er hat gerade meinen Wandschrank umgeworfen. Bitte helfen Sie mir. Bitte. Für den Officer klang das natürlich komplett absurd. Das muss eine verrückte Person am Telefon sein. Und doch schickte er einen Streifenwagen zum Haus. Seinen Kollegen erzählte er jedoch nicht, dass da jemand durch den Spiegel kommen könnte. Stattdessen die Anweisung, schaut ruhig mal vorbei, wenn ihr Zeit habt. Zunächst verging auch eine beträchtliche Zeit, ohne dass der Polizist irgendetwas zu hören bekam. Doch dann ging ein zweiter und sogar ein dritter Anruf von verschiedenen Nachbarn in der Gegend ein. Beide mit der gleichen Message. In dem Haus sind Schüsse gefallen. Vielleicht dachte sich die Polizei, nichts Ungewöhnliches in dieser Gegend. Vielleicht glaubten sie es auch einfach nicht. Sie wollten aber definitiv kein Risiko eingehen. Und obwohl im Endeffekt mehrere Streifenwagen zum Haus kamen, brachen sie daher die verschlossene Tür von Ruthie McCoy nicht auf. Es könnte aber auch daran gelegen haben, wie Menschen Ruthie wahrgenommen haben. Wer sie kannte, wusste, Ruthie war ein bisschen anders. Auf der Straße sprach sie meistens mit sich selbst. Und wenn sie mit anderen Menschen sprach, dann um diese zu beleidigen. Von außen betrachtet war es für viele ungewiss, inwiefern Ruthie in derselben Realität lebte wie der Rest. Wenn also eine Person wie Ruthie sagt, dass jemand durch den Spiegel gestiegen kommt, um ihr etwas anzutun, hat eventuell der eine oder andere Schwierigkeiten damit, diese Angst ernst zu nehmen. Was auf eine ganz andere Art und Weise traurig ist. Zwei Tage später bohrte Ruthies Betreuer das Schloss auf und fand sie leblos mit vier Kugeln im Rücken. Die Geschichte von Candymans ersten Opfer, Ruthie Jean, ist fast identisch. Auch sie wird von den Nachbarn als verrückt wahrgenommen und stirbt in ihrer Wohnung allein, obwohl sie die Polizei um Hilfe gebeten hat. Doch was steckte hinter Ruthies Tod? War sie vielleicht wirklich nur verrückt? Hat sie die Person im Spiegel vielleicht nur halluziniert? Doch falls ja, wie erklärt man dann die Kugeln in ihrem Körper? Steckt dahinter wirklich der Candyman? Auch hier kann man keine klare Antwort geben. Denn wer ist der Candyman wirklich? Im Fall von Ruthie Jean McCoy waren folgende Infos wichtig. Sie lebte in einer Art Sozialbau, welcher so designt wurde, dass es ganz schmale Gassen zwischen den Wohnungen gab, damit Bauarbeiter effizienter arbeiten konnten. Und diese Gassen wurden von Einbrechern häufig genutzt, um anstelle durchs Fenster durch die dünne Wand hinter dem Spiegel mit dem Badschrank in Wohnungen einzusteigen. Ruthie McCoy wurde buchstäblich durch ihren Badspiegel überfallen. Dieser Überfall endete in ihrem Tod. Höchstwahrscheinlich hat sie vorher Candymans Namen nicht fünfmal hintereinander gesagt. Trotzdem musste sie mit ihrem Leben bezahlen. Um auf die Frage zurückzukommen, wie viel Wahrheit hinter den Morden von Candyman steckt, lässt sich sicherlich sagen, dass Candyman eins zu eins nicht existierte. Aber im übertragenen Sinne lauerte Candyman in diesen Gegenden in dieser Zeit an jeder Ecke. Candyman ist vielleicht eher eine Personifikation dafür. Ein Symbolbild für Rassismus und den damit einhergehenden Umständen, die in Cabrini Green, welche von fast ausschließlich Schwarzen bewohnt wurde, Alltag waren. Dafür, dass du nicht viel tun musst, um in deinem eigenen Bad oder in deinem Zuhause ermordet zu werden. Der neue Candyman kann vielleicht auch als Erinnerung daran verstanden werden, dass sich an diesem Problem vielleicht gar nicht so viel verändert hat. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Einblick in den Ursprung von Candyman gefallen. Falls ja, der Film Candyman erscheint am 26. August in den Kinos Damit es keine unklaren Anweisungen gibt, wenn ihr ins Kino geht und auf spiegelnde Flächen trifft, sagt alles, was ihr wollt, außer fünfmal Candyman. Sagt auch nicht viermal Candyman, weil irgendwer anders kommt vorbei. Ganz kurz, du hast es jetzt schon richtig oft gesagt und so, das spiegelt auch ein bisschen. Also die Kamera. Okay, dann sollten wir uns lieber jetzt verabschieden. Wie oft haben wir Candyman schon gesagt? Vielleicht solltest du aufhören, das zu sagen, um das zu fragen, wie oft wir es schon gesagt haben. Und vielleicht gehen wir jetzt einfach, bevor wir noch öfter kennen... Hm? Out your reason! Peasin! Candyman!